Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 2 Gateway to Glimmer. Diesmal ganz ohne Fehler geschafft. Ich komme ja gerade noch auf dem Gummibärchen rum. Beim Lidl gibt es nämlich so kleine süße Pöttchen mit kleinen Gummibärchen drin und so sauren Würmern. Voll lecker. Und ich muss die am besten direkt mal zumachen, sonst kann ich nicht aufhören, damit die Dinger zu essen. So, am besten noch ganz weit wegstellen. Jo, ähm... Spyro, Ripto lebt immer noch und hat uns aus der Burg ausgesperrt. Das Schlimmste ist aber, dass er unseren neuen Superkristall für das Supertor gestohlen hat. Mhm. Wenn du genug Kugeln hast, kannst du, Ripto, den Superkristall wieder abnehmen und wir können dich zum Drachenufer schicken. Mhm. Ja. Ähm... Ich möchte heute zuerst in diese Insekten-Dingenskirchen gehen. Robotikahof, genau. Weil das ist nämlich ein Level, das mag ich nicht so. Ähm... Ja. Dann haben wir halt das Blödeste mit, das Blödeste eigentlich dann schon rum. Gibt's nämlich auch eine superschöne Supersprint-Aktivität. Ich liebe dieses Geräusch. Musik ist da, okay. Ähm... Ja. Ich glaube, es gibt hier auch sogar einen Könnerpunkt, wenn wir den Supersprint... dreimal... Also die Runde vom Supersprint dreimal machen, meine ich mal. Kannst du an, dass ich mich irre. Moin, Spyro. Dieses Ungeziefer hier ist über unseren O-Pair gefallen. Äh... Hättest du Zeit, uns zu helfen, es zu vertreiben? Schlag dich zur großen Vogellampe durch und mach sie an, sodass wir noch mehr Ungeziefer, das uns überfällt, wegposten können. Hm. Jo. Bauer Grünzeug hieß der Kerl. Voll der süße Name. Ich hab auch heute richtig übelst Bock aufzunehmen. Aber ich werd nicht so lang aufnehmen. Schätzisch mal. Na, mal gucken. Kommt drauf an, wie's läuft. Es ist nix weiter passiert. Schon ist die Zeit. Ist schon wieder ein bisschen her, dass ich aufnehme. Äh, wir haben heute den 15.09. 2000... Uh... Ich geh mal, hol mir nochmal so ein Ding. Äh, 2014. Äh, ja. Ich habe gestern ein neues Spiel für mich entdeckt. Und zwar ist das... Dota 2. Das hab ich gestern beim Dominik den ganzen Tag gesucht. Na, was heißt den ganzen Tag? Einen halben Tag. Ähm... Ja. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Ich wollte gerade fragen, können wir den schon? Geht doch. Ähm... Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht, weil... Ich hab halt viele Leute schon, ähm... LOL spielen sehen. Und ich find das... Jedenfalls beim Zugucken sah das sehr langweilig aus. Ähm... Und dann... Weiß ich nicht, bin ich gestern irgendwie... So da drauf gekommen. Ach, komm, kannst du es ja mal ausprobieren. Und da war halt die große Frage. Entweder LOL oder Dota. Ähm... Und das Gute war halt... Ähm... Der Dominik spielt Dota. Das ist schon mal ganz gut. Weil der kann mir dann halt ein bisschen beibringen. Ähm... Dann, dass man Dota über Steam öffnen kann. Fand ich schon mal sehr praktisch und sehr angenehm. Ja, und ich glaube, dass LOL, da das so sehr gehypt wird und es jeder Arsch spielt, ähm, dass da sehr viele kleine Blagen drinne sind. Deswegen hab ich mich dann für Dota entschieden. Ich mag die nicht. Die sind blöd. So, und sonst gibt's nix Neues. Gar nichts. Samstag war mein Livestream. Ich glaub, die meiste View-Anzahl waren 12, glaub ich. Bin mir nicht ganz sicher. Was könnte denn kommen? Die Böindies-Bloch hab ich mal wieder gnadenlos verkackt. Ähm, ich hatte zuerst... Ist doch gut. Ähm... Genau, zuerst hab ich versucht... Also, was heißt versucht? Ich hab halt versucht, so viel wie möglich... Was ist hier los mit der Kamera, bitte? Ich hab grad ein bisschen Angst. Was ist denn der Gegner hin? Toll. Ich hab versucht, so viel wie möglich, äh, die Schätze zu finden. Aber... Ich bin dazwischendurch gestorben. Und dann hab ich dann keine Lust mehr gehabt, die Schätze zu holen. Deswegen bin ich dann direkt nach... Blobelung, oder wie das heißt. Blobelung der Rockatie. Und da ging es mir auch schon auf den Piss, dass die Kokonat nicht immer funktioniert hat. Ich weiß auch nicht, was ich da falsch gemacht habe. Und dann stehe ich vor einer Tür, wo ich einen Schlüssel brauche. Und dann fällt mir ein, scheiße, ich musste ja Vitamine kaufen, damit sich mein Blob in einen Schlüssel verwandeln kann. Und dann habe ich auch. Oh, ich bin sehr nah dran hier. Okay, wir nehmen uns einen mit. Das ist, glaube ich, besser. Toll. Wegen der super tollen Kamerafahrt gerade sind wir wieder da runtergefallen. Mein Füß, also mein Bein juckt gerade ein bisschen. Du schießt noch nicht, das ist schön. Ziel. Ich kriege das nicht hin, die Viecher vernünftig zu töten. Ich mag das Wasser hier. Einfach mal unter Strom gesetzt. Hier drüben die Aufgabe mag ich nicht. Mache ich jetzt direkt. Diese verflicksten Vögel machen meine teuren Vogelscheuchenroboter zum Gespött. Kannst du sie jagen und abfackeln, Spyro? Vogelpest abfackeln. Vier von fünf Sternen. Schön. Ach ja. Muss man den immer so ein bisschen im Weg... Ich glaube, die wachsen sogar nach. Sowas heißt wachsen. Ja, die kommen wieder. Da kommt er. Ich bin so unfähig, ne? Ich bin so unfähig, ne? Oh! Einen hätten wir schon mal. Och man, ich habe den doch eindeutig gekriegt. Ey! Willst du mich verarschen? Zwei. Oh, das ist so unfair. 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 Ich bin da nachgekommen. Geht doch. Jetzt sind meine Felder sicher vor diesem fliegenden Ungeziefer. Nimm dieses Dings da, das ich gestern ausgegraben habe. Jetzt bitte nicht nochmal eine Runde. Dankeschön. So, habe ich hier alles eingesammelt? Nein, habe ich nicht. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Okay. Nehmen wir uns hier wieder so einen gelben Stein mit. Nein. Kann ich nicht hier durch erschießen? Nein. Das war klar. Das war klar. Ist halt Playstation 1 da. Ist das noch zu verkraften? Ja, okay. Das müsste funktionieren. Sehr schön. Ich bin mal erstmal hier unten fertig. Was ist denn nochmal da oben? Ich glaube, das ist nur die Rakete, oder?